Jeder von uns macht einen nach. Ich bin Hanno und das heißt, wir dürfen spielen, wie wir wollen, aber wir müssen in den Discussion-Runden quasi die Leute nachmachen und das wird schon mal sehr, sehr lustig. Ein paar Sekunden später. Ey Hanno, mir reicht's! Nein! Ich, also... Äh, das darf nicht sein! Ey Leute, wo ist Hanno? Also für wen wo es dir jetzt? Ich weiß nicht. Ich skip jetzt mal. Leute, willkommen zu einer neuen gestörten Among Us-Folge mit ganz vielen tollen Leuten. Wir haben nämlich heute wieder drei Gäste dabei. Die liebe Maluna und die beiden von Loser-Koeffizient. Hallo! Hallo, Moin, Moin! Und das Tolle ist, wir machen heute einen Rollentausch. Das bedeutet, ich spiele heute Hanno. Sola, wen darfst du heute spielen? Ich hab keine Ahnung, wen ich wohnen soll. Das bin ich. Dann einmal Loser, der Erste, dekonstruktiv. Ich spiele gut, Marvin. Marbossa, also Maluna, wen machst du heute nach? Hallo, meine Freunde! Ich mach Kirstow. Sehr gut. Marbossa? Ich spiele meinen minderbemittelten Aufnahdpartner-Deko. Papo. Dankeschön. Nee, ich finde... Also Maluna, du musst doch ein bisschen weiter nicht erklingen, dann hast du's. Papo macht Maluna. Maluna, hallo. Romatra, wer bist du? Mach doch mal die Augen auf! Wer ist denn das? Sola. Okay, ich hab jetzt das Spiel. Hanno, Sterzi. Und Flesch. Sehr gut. Und Flesch. Wow! Los! Und deswegen starten wir jetzt. Und deswegen starten wir jetzt mit einer gestörten Runde. Ich bin gespannt und löst es. So, also. Nochmal zusammengefasst. Jeder von uns macht einen nach. Ich bin Hanno und das heißt, wir dürfen spielen, wie wir wollen. Aber wir müssen in den Discussion-Runden quasi die Leute nachmachen. Und das wird schon mal sehr, sehr lustig. Schreibt mir gerne weitere Challenges in die Kommentare. Ich finde es immer sehr lustig, das Spiel ein bisschen anders zu spielen. Und ich freue mich schon auf die Discussion-Runde. Ich kann auch gar nicht lachen wie der Max. Impressive. Very nice. Was ist das so? Ist das richtig? Es ist so verwirrend. Ich habe keine Ahnung, wer eigentlich Sterzi spielt. War das nicht Hanno? Ich glaube, Hanno war Sterzi, oder? Ich freue mich schon auf die erste Leiche, muss ich sagen. Papus Maduna. Oh, das wird einfach nur herrlich. Oh nein. Wunderbar. Ich muss eigentlich als Hanno einfach nur sagen, wähl Sterzi raus. Dann passt das eigentlich. Ist das noch keiner gestorben? Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Sterzi, Hanno. Ich habe den Krumata gefunden bei Shields. Also, das sieht ja gar nicht gut aus. Also, ich habe keine Ahnung, wer es war. Abos, wer war denn noch da? Stones. Ich habe niemanden da rumlaufen sehen. Ich war vorher bei Generator, als ich den Larm ausgemacht habe. Da waren auch noch zwei Leute in den Camps eine kurze Zeit lang. Mal Luna lief da rum. Ja. Also, ich bin gerade an den Camps und habe niemanden gesehen. Also, kurz vor den Camps. Also, ich bin an Abend. Zola, höre Stimme. Ich habe auch bis jetzt noch keine Aufgabe gemacht. Und ich muss sagen, da waren die ganze Zeit unten zwei Personen Shields, bis du reported hast. Und du müsstest da wen gesehen haben. Es sei denn, die Person hat im Wend gesessen. Also, ich kann dazu nur eins sagen. Lass mich ausreden! Und zwar, es war Sterzig. Der ist gewendet. Also, Sterzig oder? Oder wer? Es war Sterzig. Ich glaube auch, dass es Sterzig war. Ich hasse nämlich Sterzig. Überall. Oh, ja! Sag's mir das! Was? Ey, Hanno, mir reicht's! Nein! Ich, also, äh, das darf nicht sein! Ey, Leute, wo ist Hanno? Also, für wen wo ist der jetzt? Ich weiß nicht. Ich skipp jetzt mal. Ja! Was? Der willst du was anderes skippen. Oh, ja! Halt! Ich muss höher lachen! Oh, shit, der hat's nicht gemacht. Ihr habt doch alles richtig gemacht. Ihr, ihr packt Kinder! Oh, nein! Dafür gibt's ne Eins plus. Der hat den Herrn Sterzig so gut nachgemacht, ey! Das war teilweise sogar schon die gleiche, die gleiche Tonlage. Oh, geil! Es ist schwer, Hanno nachzumachen. Ich glaube, die Lache ist wirklich charakteristisch à la... Genau, Hanno trollt. Hanno beschuldigt einfach immer random Leute. Das ist auf jeden Fall klar. Da bin ich wieder ich. Sola muss noch ein bisschen höher reden für meine Stimme. So, okay, es ist schon vorbei. Ist schön vorbei, Leute, es ist schön vorbei. Was macht Max noch so in seinen Runden? Er beschuldigt Leute, er trollt. Er ist auch manchmal ziemlich aggressiv. Und er ist aber immer sehr ruhig. Guten Abend. Ich war gerade... Wer war mit mir in Navigation drinne? Hanno, ne? Ja, das war ich korrekt. Wo liegt die Leiche wieder hochgekommen? Zu Weapons. In Weapons direkt an dem Automaten dran. An der Aufgabe lag die Leiche. Oh, endlich ist die alte tot, ey. Das ist aber nicht nett. Alter, du stellst mich da, das wäre ich hohle im Kopf. Das ist also das Bild, was ihr euch vermittelt. Ich sag nichts außer, ich war es nicht. Das ist aber nicht nett. Mehr Sätze habe ich nicht. Ich bin Malibu, Stacey. Ihr könnt mich auch... Das ist eine Lüge. Ja, wo war der Rest? Also, irgendwer war ja vorher noch bei O2. Wir haben mit denen Alarm das gemacht. Ja, aber recht oder Admin O2? O2, der O2-Alarm. Achso, O2, O2. Da waren Malbossa... Das war ich da. Du musst höher sprechen. Lo? Was? Hanno? Ich war auch da. Papo auch. Alter. Aber Hanno ist erst am Ende dazugekommen, glaube ich. Ja, mit Hanno bin ich dann aus O2 raus, rüber in Navigation. Dann kam jetzt Navigation raus nach oben und bei Weapons lag die Leiche. Also, du verdächtigst jetzt mich? Ich weiß, ja, dich oder Papo, wenn ich es noch nie gehört habe, als wer da war. Dann ist es ein Self-Report. Das ist jetzt zum zweiten Mal, zum zweiten Mal, dass man Bossa... Papo, wo warst du? Gegen Ende? Ich war, ähm, unten links in, ähm, ich hab den Namen vergessen. Da war ich. Beim Öl. Also, ich war in den Camps und hab gesehen, wie Henry umgebracht hat. Also, ich wurde in Mad Bay eingesperrt. Das hast du eigentlich Gefühl? So am Ende noch schnell. Das stimmt übrigens nicht. Das ist eine... Also, Hanno kann sich erst da unten gelaufen. Ich kann es nicht gewesen sein, Leute. Ah, ich skipp hier noch wieder. Ich hab ihn doch gesehen. Hey, hey, hey. Das hat ja eigentlich das Wahnsinn. Also, Vlesk hat er auch sehr gut nachgemacht. So am Ende nochmal so eine Side-Info, so eine ganz wichtige. Übrigens, Hanno ist gewähntet. Das war ich aber nicht. Ich glaube, ich muss Vlesk umbringen. Also, Vlesk ist stärzig. I see, I see, I see. Es muss der Mag sein. Wenn ich weiß, was wir hier die ganze Zeit singen, schaut gerne die Folge Among Us bei mir an, wo wir gesungen haben. Da hat der Papo und der Hanno für ein richtiges Meme in meiner Community gesorgt, weil die so lustig gesungen haben. Schaut euch das gerne an. Es muss der Mag sein, denn er war noch ein Dropship. Und deswegen stimme ich nochmal ein. Es muss der Mag sein, denn der kam aus dem Dropship. Davon gibt es übrigens jetzt auch einen Song. Das hat jemand aus der Community gemacht. Was macht Hanno noch? Hanno ist immer, aber manchmal ist auch Hanno so aggressiv. Ich finde, Hanno nachmachen ist für mich echt noch schwer. Wir kennen sie nicht so gut, deswegen. Eigentlich hätte Tamina ihn nachmachen müssen. Das wäre geil gewesen. So, ich mache jetzt mal eine Karte, dann habe ich alles soweit. Fupp, 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 fupp. So, Söderlichen. Oh. Nein, nicht Lesk. Also ich habe Lesk in Security gefunden. Da war aber sonst niemand zu sehen. Du klingst aber schon ein bisschen nervös, gell? Ja, genau so. Wo warst du denn die Runde? Höher sprechen. So, da war's. Ich habe den Generator gefixt und dann bin ich zu Security checken gegangen. Du hörst dich an wie Papo gerade. Stimmt, bist du... Holy shit, ey. Du fühlst es ja richtig. Ähm, Saftglu, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Hallo. Ich bin gerade unten links, kurz in Electrical rein. Aber da war Papo. Vor dem hatte ich Angst, deswegen bin ich wieder weg. Hey. Da bringe ich gerade den Müll raus rechts. Also ich war gerade in Admin und da war Hanno. Das ist alles, was ich gesehen habe. Das ist korrekt. Ich habe gerade bei Admin kurz reingeschaut. Wer war da drinnen, als der Alarm anging? Und dann bin ich hochgelaufen zum anderen Auto-Alarm. Wer war in Admin jetzt vom Report? Na, Papo, oder? Ich, 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 ja, genau. Gibt es eine Gruppe, die jetzt gerade gemeinsam rumläuft? Nein. Wo war die Fossik-PT? Die gleiche Lage in Security. Und da du nochmal so nachfragst, wollte ich nicht jetzt... Ja, gut, nee, dann bist du es für mich. Ich darf jetzt nicht meine alte Rolle verfallen, aber wer weiß das jetzt? Wir müssen auch jetzt mit rausworten. Also ich weiß von mir, dass ich es nicht war. Und wenn Sola für mich wortet... Höher! Sola ist es! Das hat mich abgeholt. Papo, wen willst du? Ich will mich selbst. Das war aber knapp jetzt. Oh, sehr gut. Scheiße, das ist so eine dumme Runde. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe einfach nur die Kontrolle verloren. Ich bleibe mal ein bisschen bei Saftgnu. Okay, mal gucken, wer ist das ja sogar? Saftgnu. Saftgnu. Das ist aber Saftgnu ein bisschen wenden, Mann. Schade, dass Hennu so früh raus ist. Aber Hennu war halt stärzig und Hennu wirft immer stärziger als erstes raus. So, ich muss jetzt mal... Wo ist eigentlich Vlesk? Der muss mal so eine 1000 IQ-Imposter-Runde machen, Mann. Aber Vlesk ist ja tot, ne? Stumm! So, gucken wir mal durch die Cam. Saftgnu macht das gleich wie ich. Das ist schon mal gut. Und da laufen drei zusammen rum, ja? Also drei. Vielleicht bringt da jetzt mal endlich einer einen um. Also einer von den drei wird es ja wohl sein, oder? Jetzt gehen sie hoch. Da kommt Saftgnu. Okay, die anderen beiden sind nach oben. Da latschen... Ey, wieso bringt denn keiner irgendwen um? Ja, weil ich an den Campspinne. Warte, ich gehe mal kurz raus. Okay, also einer von den beiden versucht doch gerade irgendwen umzubringen, oder? Das ist doch... Wieso hängen die eigentlich auch die ganze Zeit zusammen? Oh, die lebt mich doch im Arsch. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der heiß... Der berühmte Double Kill und wir sind tot. In drei... Zwei... Eins... Oh, ich liebe ihn noch! Da hat wohl jemand den Double Kill verkackt. Oh, das ist nur noch einer. Komm, wir stellen uns jetzt alle in einen Pulk und jetzt bringt endlich jemand um. Kommt schon, Leute, seid nicht so schüchtern. Ihr müsst irgendwen umbringen von uns. Einen von uns! Oh, da kommt der Marbossa. Wieso war der denn alleine? Ich würde sagen, es ist Marbossa. Einfach so, weil ich es kann. Weil ich heute Max bin. Ich bin selbstbewusst. Wir haben auch keine Tasks mehr, gell? Ihr seid alle scheiße. Das war mein erster Task-Win. GG. Wer war's? Marbossa war's. Na, Marbossa und Scherzig. Und Scherzig, ja. Der erste ausgeflogen ist. GG. Sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, das war's von dieser mehrsgestörten Runde. Checkt unten die Gäste ab und alle anderen. Das liebe da. Ja, und jetzt noch einmal bitte Papo für uns. Es muss, was, was? Es muss der Max sein. Denn er ist gewendet. Der kommt aus dem Dropshit. Und dann kommt. Und dann, wir gucken immer wieder. Ja, und jetzt noch einmal.